Das ist so ein Kübelwagen, aber nicht schlecht genug. Ja, ich bin alle gleich. Das ist nicht alles das gleiche. Oh, was? Das ist nicht kaputt gegangen? Oh. Die Granate. Na, komm. Leck. Scheiß Leck hier. Oh, fuck. Schade. Wieso ist das da nicht kaputt gegangen? Ich graf das ja gar nicht. Was ist das kaputt hier? Oh, fuck. Oh, da ist einer. Ja, Herr. Mann. Jetzt nimm die Granate. So, wie sieht das aus bei euch? Ja, die Mitte kriege ich bestimmt bald. Und das Motorrad nervt immer noch wie Sau, aber... Es reißt nichts, wirklich. Ja, Herr. Ja, Herr. Wenn ich eine Granate hätte. Ja. Wenn das nicht wahr ist. Yes, sir. Enemy is a ho. Yes, sir. Got it, sir. Yes, sir. Got it, sir. Got it, sir. Got it, sir. Okay. Yes, sir. Bring nochmal einmal Kommandos. Motorrad immer noch nicht down. Wer kann hier unsanser Klauen von euch? Und wo ist er? Jetzt PTR, schieß. Was ist er denn dumm? Der bringt dagegen nichts. Da musst du eine Granate hinschmeißen. Ja, aber ich muss sie erstmal anhalten. Zum Anhalten bringen. Da kann ich eine Granate draufschmeißen, ja. Warte, ich mach's schon. Warte, ich komm schon. Warte, wir hätten den MG rausnehmen müssen, aber gut. Ja. Ist egal. Einer schon Panzer auf dem Feld oder so? Äh, ne. AT auch noch nicht, aber er kommt jetzt. Sechs für die Mittel. Gut. Ah, 222. Okay. Irgendwo war noch ein AT-Rifel. Hib's auf. Schafft jetzt oder so hat das. Jetzt können wir ein bisschen weiter vorhauen. Fuck, 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 fuck. AT-Rifel verloren. Ich hab noch eins, obfalls. Da kommt der 222, okay. Du bist Idiot. Vielleicht eine Orlikon-Mitte oder so? Schieß. Boah, er trifft nicht. Jetzt schieß. Er trifft hier nicht. Nicht nach Namen. Ja, ich hab's. 222 ist down. Nein, ich hab' die. Ja, ich hab' die. Rechts. Sie stehen alle in den Büschen drin. Ja, ich hab' die. Ist das komplett down? Ich werd's nur nochmal komplett down machen. Gut, dann! Der Squad Leader kann nix machen, während er die Granate hat. Ist ja hässlich. Links verschanzt sich nur, also er macht gar nix. Keine Anstalten anzugreifen. Er muss wohl in der Mitte mitspielen. Er wird bestimmt etwas sparen, wenn wir etwas Fettem nachher kommen. Wow. Mein Schafschützer hier. Fahrzeug links habe ich glaube ich auch kloppen sehen. Hier. Ich habe das. Yes sir! Got it sir! For the King! Got it sir! Yes sir! Get ready for the fight! In progress! Ich bin bei welchem Fahrzeug rein? Jawohl, du hast ne Olicorn. Da kommt ne Flak 38, Mitte. Okay. Da steht doch ein Pack. Pack 40. Pack 40, ja, sehe. Das kann ich meinen. Lack 38 hier hoch. Schwulfach 38. Ich schieße den, Mann. Ich schieße den, Mann. Oh. Ich bin bei den Huse davor. Ich hab' den, Mann. Komm, wir fahre! Hans, Herr kommt bitte. Warum der Sons sei gerne. Ich ruf deinen Olicorn beschossen. Du warst da n Pack, okay. Ja, warte, ich komme, ich komme. Abstellen. Wenn er zurück... Lock ihn hinterm... Jetzt fährt er zurück. Jol, er hat 6 für der untere Orly kommt bei mir vernichtet gerade. Er steht da so beschissen als Kacke. Scheiß Piat. Komm schon, ey. Pack 40 steht in der Mitte immer noch, ne? Jawohl, ist da. Sehr gut. Oh, fuck, ey. Warte, das ist bei mir hier eine Flagge. Die Piatte durchgeht. Lebt der Pack 40 noch? Mh, ja, ich hab ihn nicht abgeschossen. Okay. Half-Track hab ich hier zur Sicherheit, aber... Wir wollen die eigentlich benutzen und ich... Wir wollen die Waffe wechseln jetzt. Das ist lebensgefährlich. Der Pack 40, ich hab's gewusst. Ich hab's gewollt. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Die haben... Herr, die haben Mörser. Okay. Er geht so gut aus. Hängt sie gut aus. Die ganzen Emplacements sind nur noch dagegen. AK-40 muss weg. Ja, was sagst du denn? Kommen wir mal Mitte. Was kommt da hinten? Kommt eine H. Flak 38, Flak 38 kannst du nicht so völlig treffen. Ich bin gerade dabei. Ich brauche Sicht auf das Vieh. Ja, kaum. Ah, komm schon. Ja, down. Sehr gut. Vielleicht kann ich den... den Haar da aufsideschatten, wenn er noch weiter ausfährt. So, wenn du zu mir vorfährst? Ne, ne, fahr nicht so weit vorne. Pack 40 steht da hinten noch. Ah, die fahren in deinem Haus. Bei der Szene weiß ich ja, wie die ausgehen. Da kommt noch eine Haar in der Mitte. Noch eine Haar? Okay. Ich nehme erstmal die Mitte wieder ein. Ja, ich habe die Mitte. Ja, ich bin gleich. Ja, das habe ich ohne Peered. Bei mir steht noch eine scheiß Flak 38. Kommen Schermann auf rechts im Heavy-Gar erstmal. Der Haar kommt in der Mitte. Dann kann ich erstmal nichts machen. Ich habe gleich einen Kometen. Keiner. Kommen Schmerz. Ja, Herr. Direkt Feuer. Ich habe erstmal so lange mein M6 aus, mittlerweile. Hinlegen. Kommen Schmerz. Oh Gott. Was war das denn schwer? Jawohl, du hast seinen Punkt oben neutralisiert. Ist ja bombig. Okay. Die Haar ist tot, ne? Hat die Haar in der Mitte gelebt? Ja, rechts meine ich. Oh Gott. Der nervt mich ja voll. Du hast einen Kometen. Wo bleibt der? Oh, fuck. Oh, Direkt Steuerungsfail. Wie kackle. Ja, Komete ist gleich da. Oh, gleich um Firefly. Wie kackle Kometen. Jetzt! Alles klar! Jetzt dreht er sich seitlich. Jetzt dreht er sich seitlich. Okay, ich bringe mal Artillerie, okay? Ja. Ich werde erstmal Rack-Inf um die Flüsse aufzufüllen. Wo hat er denn jetzt schon wieder gegen geschossen? Dagegen hat das ein Haus davor, zwischen dir und den Dings. Schauen. Ah, halt. Wo ist der Park 40? Und jemand noch da? Erleb' noch. Wieso trifft er denn nix, alter? Schon wieder abgeprallt. Werde beschädigt. Einer ist der Park 40. Ich hab' ne Priest jetzt. Ja, halt. Ja, halt. Ja, halt. Was ist hier los? Wann ist erstmal beschädigt. Okay. Der Park steht genau hinter der J. Weißt du das? Hinter der H? Oder steht der H? Ja. Er steht da noch. Okay, kommt. Wann geht's? Ich hab' nicht gelehrt. Genau jetzt. Und das wird, um, der es geht. Ach, nein, die ja. Um, das wird, um, das kommt. Die capability ist leer. Dann muss ich auch, das wird. Ich hab' nicht gehört. Halt! Ich hab' ihn. Ich hab' nicht gehört. Ich hab' nicht gehört. greyhack! Halt! Ich hab' nicht vor! Und jetzt geht's! Wir wollen die Mitte wieder haben, also da steht, da steht der Pack. Ich fahr dran vorbei. Okay. Jetzt weiß ich jetzt wo er ist. Ich kann gleich wieder schießen. Tulip, Reul Artillery in zwei Minuten. Hier steht links irgendwo, eine Flak 38 schießt er, ne? Ja, bei mir steht noch eine. Wo ist denn dieser verschissene Mörser? Kann man den mal umbringen? Ja, ich weiß wo er steht. Er steht da. Ohne Ende. Eineinhalb Minuten hole ich erstmal Reul Artillerie in Pflicht auseinander. Okay, schütze. Hast du Priest Schuss frei, dann holst du den Mörser weg. Hab ich grad nicht. Hat gerade geschossen. Oder der nächste. Dann. Ich hab einen Scharfschitz in der Mitte. Ich hab einen Scharfschitz in der Mitte. Ich hol jetzt auch noch einen dazu. Ich hab eine Grenade. Unfall ist dabei. Wir waren hier. Ja, Sir! Wie lange? Feuer! Hast du es, Sir? Hast du es, Sir? Hast du Angst? Jetzt! Ich habe sie es! Rabb'n Scharfschitz! Feuer auf der Inventiere. Hast du es, Sir? Feuer! Sogar! Bei uns? Ja! Wollen wir den? Von der, mein Gott würdest du den einsetzen? Du kannst ja keinen. Jetzt bringen ihn auf rechts hin. Hm, bleib mal lieber auf deiner Seite. Funktioniert auch ganz gut so. Ich hab den Mercer übrigens. Sehr gut. Was kommt da hinten? Panther! Okay. So, Fassung ist in den Priest. Warum hat noch Angst? Ich kann ja nichts sehen, ne? Okay, da sind noch mal welche. Wo fährst du denn an hier? Panther geht jetzt rein. Bring Kometen auf links, vielleicht kann ich ihn in den Flanken. Da hinten ist auch ne Stu. Ich komm da rein, ich mach halt. Ich hab glaub ich auch ne ganze Menge an Leuten verloren. Mach nix, so lange ihn du da beschäftigst, ist alles top. Ist doch egal, ich hab alles Rückzahlung. Boah ey, ich... Ich hasse das, dass Panzerjäger ihre Dings... Mann. Geh ran. Nimm die Pi. Raus, du kriegst gar kein anderes mehr. Yo, Panther ist getrackt. Jawoll. Links geht's jetzt los, ne? Da laufen links welche. Ja, ich hab gute Infantrie da. Ich schieße einfach mal auf links, oder? Ja, helf mal kurz auf links, ich bin grad beschäftigt mit dem Panther da zukillen. Oh, komm schon, geht down. Die Haar ist repariert. Motor beschädigt. Wann da aus? Wann da aus? Wann da aus? Wann noch nicht. Oh lol. Mann schade jetzt. Wann langsam keiner drinnen mehr sein, oder was? Oh, komm schon. Hat einer mal ein Funke, oder sowas? Gegen Wattern. Oh, gegen den Panther hier. Hm... Gott, kommt da ein Haufen, das Haufen Zeug da. Hm. Oh, Schluss, ich bring jetzt n Avro. Okay, bring Avro. Ich bring mal... ... nach Hillis, oder sowas. Meint ihr? Obwohl... Okay, ja, wenn du ein Avro hast, dann bring ich mal. Du musst nur die Mitte verteidigen, wenn sie den hier einnehmen. Die sind beide getrackt da hinten. Ja, Herr. Feier in die Infanterie! Oh! Du hast es, Herr. Ah, die scheiß Piert nach. Schau auf mein Signal! Geh zurück! Schau das! Pisser. Obwohl man die nicht hier... Ich werd's mal irgendwie stunnen mit der Priest, ne? Ja. Wir bringen sie mal ab. Oh, neul. Die Flak 38, die da hinten drauf schießen sollen. Die sind jetzt halt nervig. Okay, er hat die scheiß Kette repariert von dem Hader. Dann kannst du die Flak 38 weckau, wenn ich sie wieder bewegen. Okay, den Panther da hinten haben. Komm schon. Noch 30 Meter ran fahren. Ach, komm schon. Der Panther ist auch wieder repariert. Wie schnell repariert er denn den kaputten Motor und beide Ketten? Ja. War 2-2 in der Mitte? Ich hab nichts. Ja. Okay. Komm mal. Komm mal. Ja, er hat auch einen gepeared gehabt. Das ist der Pisser. 2-2 in der Mitte. Das ist der Tetrarch da. Ja. Äh. Da draft gar nichts. Guck mal. Jetzt haben wir den Tetrarch weg. Da hinten rufen. Ja. 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 Das ist der Panther da hinten. Scheiß Panther da hinten. Okay. Ja. 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 Der scheiß Panda schießt auf meinen... Oh, jetzt ist er getrackt, leider war so schnell. Jetzt holen wir einen bestimmten Funker. Ich muss es erst mal so nicht dran kommen. Wunderbar, der Punt überhaupt nur überlebt hat. Vielleicht ist er noch ein Stück. Oh, das ist getrackt. Sehr gut. Wir können sogar einen Centurion bringen, ich habe auch keine CP frei. Da kommen Haufen weiße Zeug. Jetzt kommt. 102 in den Zentrum. Achtung, da kommt ein H. Die werden mich bestimmt flankieren. Dann. Der hat gesessen. Jawohl. Ich schreie den. Der Brannter fährt vorwärts. Na. So, leider. Ich werde mich wahrscheinlich auch direkt... Ja. Der APCR will da bestimmt ran. Hat einer aber dagegen? Der Turm kreiert meinen Turm. Gut. Aber wenn ich ihn verliere, dann bringe ich einen Centurion. Wir sind hässliche Stücke da. Okay. Oh, der Tiger kommt rein. Oh, da ist noch ein Panther. Panther. Okay. Nein, ich muss was verlieren jetzt, ey. Wie hebt das MG auf? Wie kann man das nicht mehr aufheben? Ist irgendwie... ...verpackt. Ha, 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 ha. Ein Panther mal kaputt gemacht mit dem Cromwell. Loi. Direkt draufgeschossen. Direkt draufgeschossen. Der andere Panther, der kriegt früher von meinen Kometen wieder aufs Maul. Turm ist down. Und Hauptgeschützt. Der hier. Ich glaube, da ist gar keiner mehr drinne. So, dann kann er wieder fahren. So, dann braucht der Artillerie oder irgendwie sowas? Oder braucht der Infanterie? Oder was braucht der Tipp? Oh, erstmal Infanterie für Mitte. Soll ich mich hier bringen? Ja. Okay, super. So, das Stuck ist down. Ey, der Panther geht einmal nicht kaputt, ey. Das ist so lächerlich. Ich habe jetzt auch einen Achilleus. Der kommt jetzt zu zweit. Der Turm und Hauptgeschütze ist kaputt. Vom Panther? Ja. Könnt ihr gleich nachher fahren. Banner durchschlagen. Oh, ich bin schwer getrackt. Oh, fuck. Hier ist einer. Hast du den... Banner beschädigt. Der Kett ist auch wieder repariert vom Dings. Man, der Turm repariert wird. Man, man, richtig kaputt machen. Ey, warte. Wir haben so noch einen Stuck. Da würde ich vorher noch gehen. Stuck. Abre ist gleich wieder fertig. Abre ist ready. Abre geht nach vorne. Mach den Panther jetzt gleich kaputt. Wenn wir ein bisschen Deckung gebt. Schuss. Da kommt Haufen Infanterie. Ja, ich hole die Priest raus. Ne, warte. Ich hau da mit einem Abre rein. Ne, ich hab schon geschossen. Schieß gut auf den Panther. Sehr. Das Spiel hat wechseln. Oh, toll. Jetzt läuft hier bestimmt eine an mit einer AC-Granate. Oh, die Kette, alter. Ich hab so... Ey, ich hab mal lieber auf die Infanterie geschossen. Oh, Mann ey. Wie stehen mir so'n Hals. Das sind zwei ruhig. Wir haben gleich gewonnen. Schön, das wäre ein schönes Range-Spiel gewesen. Guck mal! Das ist ein R-R-R-R-R-O-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. Die Kette, der ist ein R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. Wo ist ein Hero-Pack? Da. Okay. Sind doch nicht da alle dumm, oder was? In ihrer Stelle würde ich mir jetzt hinlegen. Nein! Boah, ist doch dumm, leg dich rein! Oh, der X zerstört. Oh, mal links, Infanterie, nochmal. Genau, hauen wir weiter. Oh, so. Oh, da ist ein Tiger. Ah, ich hab ein Centuron hier. Oh Gott. Oh Gott ey, der Tiger. Wieso kann ich nicht anvisieren? Oh Mann, alter. Oh Mann alter. Da ist der Tiger nicht. Oh Gott ey, der Tiger oder. Wieso kann ich ihn nicht anvisieren. Ich habe kein 172 geschlagen, ich habe gewonnen, komm mal klar.